Bein! Alter! Okay. Hupala! Achso. Was hast du denn da jetzt? Was hast du denn da jetzt? Wie? Ich geschossen? Hä? Leute, das sah sehr witzig aus. Leute, ich finde irgendwie grad die Team-Aufteilung nicht ganz so vorteilhaft. Ja, hab ich das ge... Hä? Ich hab da geschossen? Ja, aber... Wieso? Nein! Da ist Malte bei dir drin. Eben, du hast Malte drin. Ja, wen ich's drin hab. Genau genommen ist es doch schon nett ausgedrehen. Ich kann das Spiel nicht. Ich schieß gar nicht hoch. Ach, alles kann man in diesem Spiel noch drehen. Das ist... Ah! Yeah! Oh! Yeah! Genau! Yeah! Leute, schießt mal einen bei uns ins Blaue rein. Das passt so. Achso, das schaffen wir trotzdem noch. Mensch, dann sch... Dann schieb Skunkie rüber. Skunkie, geh mal rüber ins andere Team. Ja, ich probier's. Dann müssen wieder aus dem Flächen sein. Nein, das ist schon okay. Das ist schon okay. Marco? Soll ich jetzt wechseln oder nicht? Ja! Ja, okay. Kein Wechsel. Malte hat Challenge accepted. Ich dachte, den trifft den Geil. Hätte ich so gelacht, ey! Das ist so ein Standard-Troll-Tor. Boah! Ja! Boah! Boah! Phänomenal! Phänomenal! Der geht gut! Der geht gut! Der geht gut! Ja! Ja! Ich spring mal voll vorbei! Da hab ich ihn so schön genommen! Und da kommt Malte, der Tor-Schütze! Ich wollte noch dazwischen springen, aber... Ja! 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 Wir haben das Ding reingewuchtet! Das Ding war aber krass! Marco, stehen bleiben! Nein! Was hab ich denn? Da hast du voll ihm vorbeigesprungen! Super! Sache, was bei Brawl alles älzt! Au! Was ist jetzt so? Da hab ich grad weggefickt! Oh! Oh! Macht es! Oba! Ich wurde zerstört von Yoshi-Bitem! Wo? Das ist richtig! Richtig und das ist auch gut so! Woaa! Albumsen! Was? Wow! Ah! Ah! Aua! Stärker! What the fuck! Wo ist der? Oh, da! Durchgehen soll! Nein! Wer nicht mitgebumst fliegen kann so schön sein! Hey Sarah! Ich hab dir nichts getan! Ah! Ah! Er heißt entweder... Er heißt entweder... Der Ball überhaupt... Ach, da! Nein! In welche Richtung, Markus! Nein! Nein! Das passt schon! Das ist geplant! Du hast den angespielt! Den hätte ich direkt reinmachen können! Du kannst eiskalt fliegen mit dem Nitro! Ja! Das funktioniert! Vici liegt immer Malta an! Der kann das richtig gut! Wie geil das bitte ist! Los, Marco! Oh, Marco! Nicht ins Tor! Den Ball! Ja! Da! Vorlage! Los! Macht ihn! Die fliegt zu weit! Mann ey! Das, was ihr hier gerade sagt, könnte mit dem England-Italien-Spiel übereinstimmen! Boah! 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 Da oder... Schönes Ding! Einfach ein schönes Ding, Benni! Zack! Und da kommt der.. Wie ich doch schön dreh kann, springt der.. Dachte, ich seh klein dein. Es kann's nie bleiben wir stehen. Ah, toll. Oh, nein! Ich hab mich gegen die Watt geschossen! Voll an Pfosten! Oh, der wär doch schön gewesen! Nein! Skaki! What did I do? Das siehst du! Gleich jetzt! Hier, du, mich hier vom Ball wegschossen und keine Ahnung und... Oh! Was ist das denn hier? Super-Sonne-Elektrograph-Battle. Das ist mir bewusst, aber... Das Gunky wurde gerade vom Michael wegschossen, da hat Markus aus dem Floor geschossen und dadurch ist es vorgefallen. Und du! Und du! Oh, du! Das geht doch nichts mehr! Geht's ja gar nicht klar! Hehehe! 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 Der war zu doll und nicht getroffen, vor allem! Das war schön! Hoppala! Yoshi, du gemeine Sau! Hehehe! Entschuldigung! Oh! Okay! Sehr schön! Nein! Nein! Jetzt ist er wieder in der Mitte! Hehehe! 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 Zeitwechsel! Yes! Oh! Wie ich da einfach nur grad wechseln werde von irgendwo eben. Ah ne. Komm, nein! Komm, da war aber mehr Glück als... Da war aber mehr Glück als Verstand dabei. Also der Winkel war schon mal gezielt, ja, aber... Ja, 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 ja. Doch, das kannst du mit der 1. Schau, kannst du das? Ja, ja... Nee, frag mal, mit der 1. Schau kannst du gezielt um die Ecke schießen. Nein! Nein! Doch! Wie hab ich... Wie hab ich getroffen, bitte? Du hast angeschossen wahrscheinlich. Oh ne, ne? Ich wollte ihn doch raushauen. Wie hab ich getroffen? Er macht ihn direkt! Er macht ihn direkt! Malte, stehenbleiben! Marcel, stehenbleiben! Okay. Flieg! Flieg! Flieg und sieg! Toll! Das Spiel ist verwirrend. Oh ja. Fußball fällt! Fußball fällt! Immer noch kein Tor? Mann, die Engländer haben's echt nicht drauf. Machen wir noch eine Runde, Marco? Ja, klar. Ja, dann könnten wir überlegen, ob wir noch mal eine kurze Runde Battlefield spielen. Ja, dann würde ich noch mit spielen, wo ich ins Bett gehe, weil dann hätte ich das erstens einmal mitgemacht, nochmal. Jo. Also hier nach Battlefield. Can't sing. Ich stehe nichts haben, Black Ops. Ich glaub nur Battlefield. Schreibt dieser Mango immer noch, dass wir Black Ops spielen sollen? Ja, natürlich. Black Ops, Zombie Infection Lobby, wie bei deinem Special. Er schreibt da, glaub ich, seit ca. einer halben Stunde oder so. Ja. Länger. Automatisch. Ich bin blau. Blau. und brauch. Ähh. Warum wurde die abgefangen? Ja! Mhm. Ja, das wird jetzt das L TONER zu stehen bleiben. Ich bleib immer stehen. Ganky hat das zum ersten Mal gespielt, Der ist nicht besser. Oh doch, mal der. Ich bin kaputt. Springt der noch so doof auf. Yoshi macht auch nicht das. Ich bin schon wieder kaputt. War ich nicht. Danke, wieso schießt du mich? Du warst im Weg zum Ball. Markus, Markus, mach das Tor. Ja, klar. BK, sag mal, wenn Verlängerung ist oder so. So. Ich bin... Ich mach mich mal kaputt. Malte, musst du meinen Super-Fährungs-Versuch ablenken. Wow! Oh, oh. Wollte ich den Malte rauslesen, aber... Haben wir uns jetzt gegenseitig drauf und den Ball nicht? Oh. Au. Verlängerung. Gerade schon wieder zu laut, oder was? Warte mal. Der ist nicht drin. Schade. Ich hoffe, man hört dich überhaupt noch. Ja, ich hör dich. Alter, hör auf, hier sind wir chillt durch die Gegend zu fliegen. Nee, das lass ich lieber nicht. So, Vorlage. Sonst mach ich nämlich mit. Yay, bei mir lags. Oh. Yay! Marco, hast du den Tor getroffen? What? Oh, nee. Jetzt gibt's den Leisbar, sie eben nur noch schlimmer. Marco, du hast es verstanden. Ich steh nochmal neben mir auf. Robert, deine, nicht Störmeine. Ich glaube, ich komme dran. Das hat bei mir so gelandet, ich konnte nichts. Marcus? Ja, ja. Ja, jetzt sind ja nicht. Biu! Mönchliche Rakete, Mönchliche Rakete! Wo ist der hin? Da, da, links. Wo musst du den Ball hin? Ja, okay. Ich weiß nicht, ich habe es gut gemacht. Da. 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 Ach komm, den habe ich doch erwischt. Nein, 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 nein! Nein, nein, nein! Nein, nein! Ah. Ach. Keine, aber die probabilityt. Dingelingeling. Hier kommt der Eiermann. Mit den Autoreifen. Oh yeah Marco stehen bleiben Schieß dich Dank hier Oh 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 Boost Ach Marco In die Mitte Er kommt Nein Hätte ich den nicht direkt machen können Hätte ich den nicht direkt machen können Boost Boost Oh da war ein Das sind doch schöne Dinge gefallen Wo ist er denn? Es gibt ja ein paar DVDs da Boost Boost Meiche wie hast du das geschafft Ja Sorry Oh Gott Karl 90 ist online Karl 90 oh no Also wenn da auch nicht fliegt ein Karl 90 Das macht Also ich habe einfach in die Richtung gebracht Skunkie hat den Ball gebremst und ich bin dann gegen gefahren Markus Ja Du fliegst Ich bin grad im Stehen Ziemlich beschissen Wow Hä? Der war jetzt nicht schlecht Alles klar Alles klar Ich bin grad auf dem Grund steht immer einer im Tor hier Pfeifen Oh Oh Ja Ja Hörpedörp Ja Ich bin grad auf dem Tor wieder zurückgepumpst Das ist doch gut Langsam Ich bin auch heiß hier Halt Oh 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 Was macht der denn mit dem Ball? Ich hab den direkten Imke I'm dead Hupala Hupala I'm dead again Hupala Ich werde schon die Sparten standen Oh Akkus Haha Malte du müsstest mich kennen Wenn ich im Tor stehe geht nicht so schnell was rein Trotzdem muss ich dahin fliegen wo der Ball auch für mich das hat irgendwie was akzeptiert apropos ja hier ist halt so einer ganz schön ramhütig das gefühl das gefühl dass das josh ist joshy zerstört gerade nur joshy rammt nicht auf er macht doch sonst ich bin das track da und mach meinen job ich bin einer durch die luft fliegt wow der hat gefeckt ich krieg ich krieg das spiel nicht auf die reihe das kommt mit der zeit hoffentlich ich glaube wir haben verloren wer hätte beide abgewehrt keine ahnung ich ich bin gerade hinkt mit 2 ich muss eh gleich umschließen dann machen wir jetzt was erreicht an bezeichnung meisten wollen gemacht sieben jetzt müssen wir eigentlich chester 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 heute wir sehen wir heute Das war's für heute.